Relativ ruhige Nacht im sächsischen Bautzen nach Auseinandersetzungen der vergangenen Tage. Die Polizei trennte etwa 350 Einheimische, von denen einige der rechten Szene zuzuordnen waren, von ca. 25 Demonstranten, die ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen wollten. Am Mittwochabend hatte es in der Stadt Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen gegeben. EU-Sondergipfel in Bratislava. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen über ihre künftige Zusammenarbeit nach dem geplanten britischen EU-Austritt beraten. Großbritannien nimmt nicht an den Verhandlungen teil. Im Mittelpunkt dürften die gemeinsame Verteidigungspolitik, die Haltung gegenüber Asylsuchenden und die Terrorismusabwehr stehen. OS-Justizministerium plant Milliardenklage gegen Deutsche Bank. Es geht um eine Summe von umgerechnet 12,5 Milliarden Euro wegen fauler Hypothekenpapiere. Mit dem Geld sollen Ansprüche aus der Zeit der Finanzkrise 2008 beglichen werden. Das Unternehmen will sich gegen die hohe Summe zur Wehr setzen. Offenbar zu viel Nitrat im Grundwasser. Nach Recherchen von NDR und WDR wird der EU-Grenzwert für Nitrat bundesweit bei einem Drittel der Flächen überschritten. Das gehe aus einer Aufstellung des Bundesumweltministeriums hervor. Besonders betroffen ist demnach Niedersachsen. Verursacher der hohen Belastung ist den Informationen zufolge die Landwirtschaft. Saisonbeginn der Europa League. Fußballbundesligas Schalke 04 ist mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet. Der Klub gewann in Nizza mit 1 zu 0. Mainz 05 hat einen Auftaktsieg dagegen knapp verpasst. Die Mannschaft spielte zu Hause gegen AS Saint-Étienne 1 zu 1 unentschieden. Das Wetter im Nordosten noch überwiegend freundlich. Sonst wechselhaft und gebietsweise teils kräftige Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 18 bis 28 Grad. Und das war die Schauer der 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 Sch